Jo Leute und Willkommen zu einem Video, mal nach langer Zeit mal wieder, also ich muss erstmal den Lauttracker runterdrehen, das habe ich ganz vergessen. Ja, kein Stream diesmal aus Internetgründen. Das fühlt sich auch irgendwie mal anders an, weil wir wieder aufnehmen und das hochladen. Wir werden sehen. Was ist eine Neuse, das ist schon mal nicht gut. Sie hat auch keinen Ruin, sehr schön. So muss das sein. Ich weiß, ob sie schon jemanden jagt, oder? Ah ne, sie kommt, sie kommt hier hin. Das ist eine Palette, die ist aber eine Neuse kann da was easy machen. Sie hat es versucht, aber hat da reingefailt. Das würde ich, ich will jetzt nicht so viel wieder dazu sagen zu dem Killer, aber ich würde sagen, Rang 20 easy peasy. Ich würde sagen, das ist das Outfit so, wer weiß. Die können ja auch jetzt, muss ich nur gerade einwärmen und nachher kann sie dann die Ports rechnen. Wow, das, da hat sie nicht mal geportet. Das sah aus, als ob sie da so Liebe, das hat bei der Neuse zu sein. Sie kommt nur leider und nicht geblendet. Okay, da hat sie wieder reingefailt. Sie macht die Palette kaputt. So, die Check Palette würde ich ungern jetzt schon umwerfen. Und ich muss, ich schmier sie gerade anscheinend ab, weil hier welche sind. Was nicht gut ist. Aber ich gehe direkt wieder ran. Und das hat sie gesehen. Und deswegen kommt sie zurück. Ich möchte hier eigentlich ungern. Ich würde da ungern suchen, weil der Gen richtig so gut wie fertig ist. Die eine hat gesehen. Wow, der eine hat sich schon hochgeheilt. Dann hat er anscheinend Medikit und diese hier botanisches Wissen und Wie heißt der Perk? Von Felix. So, jetzt Generator. Also, ja, werden wir jetzt im Generator arbeiten, weil das ist immer im Stream, aber das kann ich jetzt... Okay, das kam unerwartet, aber na gut, das kann ich jetzt trotzdem sagen, weil der Verfolgungsgerakt, weil das wird easy werden. Oh, wow. Oh, wow. Also, mein Game ist sie sehr schlecht. Das muss ich mir mal merken, weil dann wäre das gerade nicht passiert. Was ist denn eine Taschenlampe? Du kannst es hoffen. Äh, naja, heute 20 Uhr Bei dbd Twitch, nicht bei mir. Äh, Kunda Livestream. Wird vielleicht interessant, sie kommt direkt zurück. Äh, wird vielleicht interessant werden. Mal gucken. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass auch die interessanten Fragen angekommen sind, so wie Habt ihr Pläne für einen neuen Game Mode und nicht so was wie Das neue UI ist. Ich kann mir da vielleicht eine Option haben, dass auch wieder umzustellen. Und, ja. Äh, ja, das ist das eine, denn das andere, äh, ne, es wurde bestätigt, das, es wurde gestern bestätigt, äh, dass nächste Woche das Update kommt, plus das neue Archiv, der neue Turm. Mal sehen. Wenn ich Fock Whisperer wäre, hätten wir diesen Samstagformul schon den Reveal Trailer. Weil die haben da gestern nur den Anfang vom Reveal Trailer gezeigt. Aber merke mich, dass die Nerds nicht kämpft, ne. Äh, ja, der Heal wäre, glaub ich, gar nicht so schlecht. Und vor allem, da er ja ein bisschen schneller heilt. Ich, na gut, das kann ich, ich kann nur sagen, morgen denn, wie immer, streamen vermutlich. Genau, hier, irgendwas habe ich doch hier die ganze Zeit gesehen. Es wird vermutlich, äh, der Boden sein. Warum gehen die jetzt weg? Also, ja, morgen dann vermutlich wieder streamen. Ne, es war nicht der Boden. Ähm, Samstag, Sonntag, wie immer, nichts. Und dann, für zwei Wochen wäre, ist es schwierig, mit einem Stream. Deswegen werde ich da versuchen, Videos zu machen. So wie, wie heute. Ähm, Problem ist, ich kann jetzt nur für Montag und Dienstag voraus aufnehmen, weil dann kommt jetzt das neue Update. Und wenn ich denn nach dem Update noch vom alten Patch-Videos hochlade, kommt das erstes nicht so gut an und sieht sehr outdated aus. Deswegen werde ich versuchen, ab dem Patch, weil dann, wenn er rauskommt, vermutlich kein Stream. Stimmt, Wochenende, kann ich sagen, Wochenende wird vermutlich doch streamen. Ich, wie gesagt, ich werde jetzt bei Discord schreiben. Äh, all die da drin sind, werden es dann erfahren. Dafür, dass dann halt zwei Wochen kein Stream kommt. Äh, ja, wie gesagt, für die zwei Wochen habe ich Videos geplant. Muss ich nur gucken, weil ich nur für Montag und Dienstag voraus aufnehmen kann. Und dann kommt der neue Patch. Ich werde es sehen. Wie gesagt, bei Discord seid ihr informiert. So. Einen Gen habe ich, ich glaube, die ist aber nur repariert, ne? Die anderen weiß ich nicht. Die machen irgendwie, okay, wenn sie da reparieren, muss ich jetzt ihn da hinten retten. Die wollen irgendwie nur Flashlight-Saves machen. Keine Ahnung warum. Oh, danke. Sie will nicht wirklich mich, ne? Ich habe sie vorhin richtig lange hingehalten. Und da ist Adrenalin. Und er hat auch Adrenalin? Nö. Sonst hätten alle Adrenalin gehabt. Das wäre so schön gewesen. Sie kommt zurück. Mit Nö. Nö. Ich sag's, wie es ist. Nö, 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 nö. Sie will bitte nicht mich. Sie hat auch hundertprozentig Nö. Ich habe keinen Bock jetzt, mich zu opfern, wie immer. Nein, sie will die andere. Und sie hat keinen Nö. Ich habe eine Taschenlampe. Ich könnte es versuchen. Nein, nein, nein. Du willst das nicht, du willst das nicht. Du willst sie, ja. Also ein Versuch ist es wert, sie zu retten. Ah, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich renne schon weg, nur ist keine Sorge. Du kannst sie aufheben. Diese Hitbox von der, ne? Ganz ehrlich. Naja, sie muss aufheben. Außerdem, da ist noch ein anderer. Noch wieder ein Heal. Ein Heal wäre jetzt nicht schlecht. Jetzt halt wieder Dead Hard. Die machen sich gerade die Runde schon wieder selbst kaputt, ne? Moment, ich habe Dead Hard. Können sie... Hebe sie doch mal auf. Ah, na, zu spät. Da habe ich schlecht reagiert. Was ich versuchen... Ne, ich... Ich will raus eigentlich. Hebe sie jetzt die auf. Wenn ja, kann ich sie noch mal retten. Sie werden mich raushaben. Sie werden mich raushaben. Na. Ja. Da sehe ich schon jetzt, wie die jetzt die ganze Schuld auf mich schieben. Und das jetzt alle auf einmal sterben. Aber, naja. Ne, guck mal. Ja. Ja, hier. Er hat... Aber er hat kein, ähm, brutalisches Wissen. Jetzt wird... Werden die beiden rausgejagt. Das war irgendwie dumm von der. Oder hat sie irgendeinen Strike? Hat sie nicht. Wow, niemand hat einen Strike. Hier wäre es jetzt aber gut gewesen, wenn sie einen Strike hätte. Wenn sie jetzt wirklich... Sie kommt zurück und sie hier aufsammelt, wäre der Strike gar nicht so schlecht gewesen. Aber... Sie hat gefehlt. Ich weiß gar nicht, was die Nuss macht. Weiß die Nuss überhaupt selber, was sie macht? Fühlt sich mir irgendwie nicht so an. Na? Sag sie auch, komm, du kommst raus. Ja, macht sie. Guck mal, sowas kapiere ich denn nicht, ne? Warum... Wenn ich jetzt der Killer wäre, würde ich doch so richtig doll aufhängen. Sowas würde ich nur machen, wenn ich farme. Und ich... denn halt... Aber so jetzt irgendwie hätte ich das nicht gemacht. Wie sie. Ach so, sie hatte... Aufgeteilt Hoffnung. Ja, dann kann jemand rummeckern, ne? Eigentlich. Oh, GG. GG's. Na? Ja... Was ist das? Wird ein... Ja! Wirklich? Warte mal. Wird ein Überlebender erfolgreich mit einer... Teleportation angriffen? Verliert die Krankenschwester die Fähigkeit zur Teleportation? Wow. Was ist das für ein Addon? Wie möglich ist der Krankenschwester... Okay, gut. Wenn sie meint, das mitzunehmen, sind eigentlich sehr schlechte Addons. Das... Wie gesagt, ich kenne mich mit der nützlich aus. Ich spiele sie nicht wirklich und... Ähm... Deswegen... Weiß ich nicht wirklich, ob das... Aber naja, wenn sie damit... Spielen wollte, denn... Hat sie ja vermutlich jetzt... Was getan, was sie wieder von der nächste... Abstrichen kann. Ähm... Ja, denn... Danke fürs Zuschauen. Ähm... Bis zum nächsten Mal. Tschau.